Community-Arbeit! Jetzt habe ich auch ein Sofa! Größer als das von David Hain mit Hintergrund und Justin Bieber Als Alltag von YouTubern Wenn ich das mache, dann werde ich künftig versuchen meiner Couch fern zu bleiben, weil ich glaube dass es kreativere Ansätze gibt als sich vor die Kameralinse zu setzen und fremde News-Meldungen nachzuplappern